Ganz herzlich willkommen zum letzten Heimspiel in diesem Jahr von Hertha BSC. Die Hinrunde, die wird heute noch nicht beendet. Es geht anschließend für Hertha zum letzten Auswärtsspiel und das ausgerechnet zu Borussia Dortmund. Im Olympiastadion heute ist zu Gast der SV Werder Bremen und der hat ja das Motto, bei uns werden Stars gemacht und nicht gekauft. Aber der Motor stottert gewaltig. Sie haben übrigens gerade hier einen Witz verpasst und ganz humorvoll wurde mir gesagt, der SV Werder Bremen habe sich umbenannt. Statt Werder heißt es jetzt Bremen 0-7 in Anspielung auf die letzte Klatsche gegen Bayern München. Werder Bremen, also die Schießbude der Liga, nicht nur 0-7 verloren, sondern 11 Tore haben sie kassiert in den letzten beiden Partien. Insgesamt sogar 34 Saisontore reinbekommen. Hertha im Vergleich hat 17 Tore nur reinbekommen und Trainer Jos Lukai legt noch einen oben drauf und sagt, wir haben kein einziges Kontertor bekommen. Hurra! Wir dürfen Schlussfolgern. Heißt das etwa leichte Beute heute für Hertha BSC? Tenai Lukai beugt vor und meint, er rechnet mit wenig Räume für sein Team. Und warum wird es schwer? Naja, seit Oktober hat Hertha BSC hier im Berliner Olympiastadion kein Tor mehr erzielen können. Oh wei, da müsste man schauen, wenn es heute wieder wenig Räume gibt, wie will man den Riegel knacken? 0-1 gegen Schalke, 0-2 gegen Leverkusen und 0-0 beim Langweiler gegen Augsburg. Da erübrigt sich die Frage, ob Ronny von Anfang an spielt. Es wäre unverzeihlich, wenn Hertha heute nicht zielstrebig, effektiv, energisch nach vorne spielen würde und wirklich auf Torjagd geht. Alle Fakten sprechen dafür. Der Sieger kann und sollte heute nur Hertha BSC heißen. Denn SV Werder spielt gegen den Abstieg, das ist ganz klar. Tabellen 14, da hat es 16 Punkte zusammen gezittert. Hertha hat 22, kommt heute auch klar auf 25. Zu Robin Dutt, dem neuen Trainer bei Werder Bremen. Der steht natürlich im Zugzwang und in der Kritik. Zitat im Tagesspiegel. Dutt scheint Werder als Versuchslabor zu verstehen. Woche für Woche präsentiert er nicht nur eine neue Aufstellung, sondern auch noch ein neues System. Das kann den Berliner nur recht sein. Hier ist planmäßig gearbeitet worden. Ein kurzer Blick auf die Verletztenliste bei Hertha BSC. Vandenberg ist verletzt, Langkamp, Benhatira, Baumjohann und Burchardt. Und wen will denn nun Jos Lohokai gar nicht unten am Spielfeldrand sehen? Das heißt, wer ist denn überhaupt gar nicht im Kader benannt? Janka, Franz, Holland, Kluge und Sprint. Naja, das ist vielsagend. Ansonsten steht ein guter Kader zur Verfügung und die Aufstellung, naja, die wird sich gar nicht so groß ändern. Nur ich bin ganz sicher, Ronny wird von Anfang an auflaufen. Der Sieger dürfte heute nach Lage der Dinge nur Hertha BSC heißen. Alles andere wäre eine Riesenenttäuschung und das über Berlins Grenzen hinaus.